Ok Bitte sag mal, dass hier drinnen niemand ist. Ok Propaganda der Alps, ah der Kleriker. Ich suche gerade Alois, aber Alois steht auch. Ja hat es auch aber Shit. Sonnenbrille Hightech, was ist Sonnenbrille Hightech nochmal? Ach so, das war die Gegend. Ja schwierig, sehr schwierig. Ich lasse dich nicht hängen. Ich habe nicht gespeichert drinnen, natürlich nicht. Warum auch? Ich habe nicht gespeichert drinnen, natürlich nicht. Warum auch? Oh Ok, das Looten können wir später machen. Fahre ich drauf. Ähm Die nehmen wir schon mal mit. Die Schatulle ist aber auch nichts wert. Ja. Du scheiße, Kerl. Das ist gut das machen, du kannst nur kiten. Mehr als kiten geht doch nicht. ja ich bin da bleiben ich wollte hochlaufen aber ich bin halt an diesem scheiß tordruck hängen geblieben ich bin schon da Ich komm schon. Ah, ich muss nachladen. Lad doch schneller nach. Checks. Was zum Henke? Die Kamera ist doch... Ja, aber so funktioniert's. Mit bisschen Kiten geht das. Ähm... Wenn ihr nicht drüber hängen bleibt. Slummenwerfer. Ja. Da kommen wir zu. Checks. Drei Hammer, natürlich. Und ein Slummenwerfer. Weil's natürlich zu viel Spaß macht. Alter, diese verfluchten Flummenwerfer. Viele gegen einen ist das so OP, das ist gigantisch. Es waren doch noch drei übrig, ne? Lauf, Checks, lauf! Nicht rollen! Nicht jetzt zumindest, oh Gott. Entschuldigung. Entschuldigung? Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ok, schau. Nein! Wir hatten es fast. Wir fangen mit dem normalen an und wechseln auf die Strahlung. Diese verfluchten Hammer. Das sind echte Hammerbrüder hier. Okay, jetzt nochmal. Wirklich nasty. Wirklich. 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 Habe ich noch Stims? Ich glaube nicht, oder? Ich habe kein Lebenswasser mehr. Antitoxin Radiodurans bringt mir alles nichts hin und lieber. Jetzt hätte ich keine Feuerresistenzen. Blutige Bürger, die könnten auch helfen. Wirklich. 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 Ich habe das Spannende, glaube ich, nicht mehr. Alter! Hier waren wir auch noch nie! Krass! Keiner hast du schön, dass du nicht da bist! Nachschläger! Diese verdammten Stunlocks! Ja, das Konzept war gerade einfach nur, schieß rein und hoffe, dass du was treffst! Damit die Dots Zeit haben zu wirken! Oh, nein! was zum okay luft das müssten die meisten gewesen sein was war das denn hier überhaupt das ist ein Art Altarraum oder was das sieht so aus interessant interessant okay was können wir unten bluten hoffentlich ohne dass wir zu hart drangsaliert werden nein Jacks einfach nein du wirst alles plündern danke gut das heißt aber auch hier müsste Vivian irgendwo tot rumliegen oder erich ist tot verdammt ich habe noch immer keine Spur von Vivian was zum Henkel oder wie hieß die Dame die uns da um die Techniker geschickt hat ich glaube das war Vivian oder oder hieß die andersin war Vivian die im Hort die uns aber ich glaube wir haben alle alle Alps getötet hier die haben wir nicht die haben wir nicht ich muss sagen ich bin sehr positiv überrascht davon wie gut sich die Schopflüte macht das kann ich nur immer wieder hervorheben das läuft richtig richtig gut gerade hier ähm ähm Er ist mal am Flammenwerfer geblieben, mein Freund, aber so wird das nix. Irgendwo ist noch einer. Da. Hier unten waren wir schon, ja, ok. Brabak hat's auch erwischt. Anleitung, Haltrank, ok. Das ist auch angenehm mit den Betten da oben wahrscheinlich, ja. Nein, Checks. Oh Mann. Alles brennt hier. Ein einfacher Doppelläufer, ok. Vito hat's leider auch erwischt. Shit. Alter, Checks! Sorry. Ok, aber die Flammen tun nicht wirklich weh. Gut. So, es läuft jetzt. Okay. 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 Ich glaube, die ganze Zeit irgendeine Maschine. Da bin ich jetzt ganz dumm. Ja, danke. Alter. Gut, aber uns fehlt noch immer, also ein paar Leichen fehlen noch immer, wo ich hoffe, dass sie es überlebt habe. Obwohl ich mir bei Vivian auch vorstellen könnte, dass sie zu einem Alp wurde, weil, naja, sie war halt schon in jeder Fraktion aus den Alps. Ja, das ist tot, ok. Anleitung, Kerneenergie, Speicher, Brot. Alter, ich bin so blöd, Gegenstände aufzusammeln heute, das kann es doch echt nicht sein.